Ja, ich möchte an dieser Stelle allen Rednerinnen heute danken, allen Besucherinnen und auch allen Damen und Herren an den heimischen Empfangsgeräten. Ich habe noch die Aufgabe, euch darauf hinzuweisen, dass es den nächsten netzpolitischen Abend am 7. Dezember gibt. Und jetzt kommen wir zu dem partizipativen Teil, nämlich den Lightning Talks. Und da sind auch zwei Dinge angeschrieben, wenn die Menschen, die die machen wollen, einfach in dieser Reihenfolge hier herkommen würden. Das wäre toll.